Ja, dann zeigen wir mal einige interessante Dinge aus dem Vollmer Steinkunstprogramm. Da gibt es zum Beispiel Materialien, aus denen man Wände bauen kann. Und im Gegensatz zu den üblichen glänzenden Kunststoffmaterialien ist das hier erstmal nicht glänzend. Das ist wirklich mineralisch, das fässt sich an wie Stein. Und wie man sieht, man kann es bewegen, biegen in alle Richtungen und auch wieder zurückbiegen. Das ist wirklich der große Unterschied zu den bisherigen Kunststoffmaterialien, die man so kennt. In dem Programm gibt es auch Tunnelportale, die auch sehr echt aussehen und irgendwie wie Steine aussehen. Und wenn man im Tunnel aus solchen Materialien hier gewölbte Decken und Wände bauen möchte, dann müssen die ja auf der Rückseite irgendwie befestigt werden. Und ich habe dazu mir aus Holz etwas gesägt, hinten schon aufgeklebt. Das lässt sich ganz einfach machen. Ich habe einfach hier ein Stückchen Sperrholzrest genommen, das hier draufgelegt und mit dem Bleistift hier einmal so ringsherum gemalt. Und dann, sehr wichtig, das ist ja die reale Öffnung vom Tunnelportal. Ich habe das hier um 1,5 mm circa größer gemalt hier, weil ja die Materialstärke noch dazukommt von diesem Material. Das ist dann ausgesägt mit der Laubsäge, hinten draufgeklebt. Und das ist also in diesem Fall um ungefähr 1,5 mm größer als die eigentliche Tunnelöffnung. Und da wird dann das Material befestigt. Das würde dann, kann man so schön biegen hier, und das kann man dann hier so reinsetzen und hier festkleben. Und hat dann genau die richtige Wölbung, die wir haben wollen. Das ist das Besondere an diesem Material. Ja, und hier sehen wir jetzt zwei Beispiele, wie wunderbar man dieses biegsame Material hier verwenden kann. Einmal für einen Fußgängerdurchgang, einmal für eine Durchfahrt bei Autos und die Industriebahnen durchfahren kann. Das Besondere ist eben, dass man dieses Material biegen kann, wie man Lust hat, in den beliebigen Winkel, was eben mit Plastikmaterial nicht geht. Und das ist hier sozusagen als Decke eingebaut. Wir zeigen das nachher nochmal, diese Wölbung. Und das ist eben das, was unterschiedlich ist zu den üblichen bisherigen Plastikmaterialien. Und das sitzt dann hier so an der Decke sozusagen, hier und hier. Und das ist eben das, was mit diesen glänzenden Plastikmaterialien nicht so ohne Weiters machbar gewesen wäre. Aber mit diesem Material geht das wunderbar. Und das ist eben das, was wir sehen, wie 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 wir sehen